einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt diesmal am pc und zwar wollen wir green hell mal anspielen ich muss wahrscheinlich mit WASD steuern gehen wir auf survival ich nehme grün hell so wie das spiel heißt ich nehme jetzt über obs auf also streamlab obs ich habe es eben schon mal versucht da sollte ich für walkie talkie die t-taste gedrückt halten habe ich gemacht aber passiert ist nichts deswegen bevorzuge an der playstation da alle dürfen kontrolle abbestimmt was kontrolle an dann kannst du alles steuern okay ich will mal gucken das ist jetzt mal einer fehler gewesen auch mozzi ist es doch gut ja ich weiß ja ich nehme auf übrigens ja klar leuchtet doch der button ich nehme auf ja wenn die die ganze zeit rumschlawinselt du kannst ruhig auch mit mir reden hase jetzt traust dich wieder nicht hätte ich mal nichts gesagt also das war gerade mein fräuchen die würde da jetzt aber nicht mehr hören weil sie weiß dass ich aufnehme guck mal hier mozzi an ich drücke alle vier von sich gestreckt und schnurrte ihn weg ja ich habe ein walkie talkie und dann soll ich jetzt drücken hier t und jetzt drücke ich t und you can come up hold t heißt doch halte t to use walkie talkie aber irgendwie passiert da nichts ich halte t gedrückt aber für walkie talkie gedrückt halten aber ihr seht da passiert nichts naja gehen wir einfach mal weiter ich kann nicht weiter gehen ganz toll ich kann jetzt auch maustaste drücken oder so aber es passiert nichts und mit w s d kann ich hier auch nicht ist ja gut mausi ist ja gut ja die will gerade ein bisschen sehr viel aufmerksamkeit das hat so kind sein moment leute ich muss mal kurz machen ich habe mich jetzt noch mal versichert bei meiner frau das heißt wirklich ich soll t gedrückt halten für walkie talkie ich weiß aber jetzt nicht ist vielleicht eine falsche tastatur eingestellt vielleicht ist ja hier nicht querz eingestellt ach so quer t das ist ja genau das gleiche q w e r t y und da ist ja nicht der t vertauscht so ich mache jetzt einfach mal skip tutorial also das überspringen wir jetzt einfach mal weil es bringt ja nicht wenn ich da wenn da steht t drücken und ich kann kein und ich drücke t und es passiert nichts gucken wir uns einfach mal so um die knoppe kriegen wir schon irgendwie rin wenn ich jetzt hier wieder drückt passiert auch nichts so jetzt testen wir noch mal top walkie talkie ich halte mal jetzt einfach t gedrückt und es passiert nichts okay ach so das ist auch nicht so gut aus der pilz kraft und dann packen wir mal weg und und wenn du dir soweit jetzt anguckt hiermit wo packst du hin da ist natürlich ja 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 ich glaube nicht dass ich das jetzt noch essen kann aber ich kann es kraften ok hier auch da gibt wir drehen weg ja es wij als Bist'n du fünftig? Dich will ich essen. Kann ich nicht, ok? Dich will ich nicht. Cool. Okay. Mal mit den Lichte ficken, schon cool gemacht. Okay. 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 Alright. Ich habe nie mehr Bock wieder auf den komischen Puma zu treffen. Ich habe keine Waffe, kein Nichts. Wie soll ich mich da verteidigen? Toter Vogel oder was? Oh, hier sind Früchte. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gehen wir mal hier rum um den Berg. Aber scheint es doch nicht rum zu gehen. Ne, da will ich nicht lang. Ich bleibe lieber hier auf der Seite und gehe dann hier lang. Ich habe keinen Bock wieder auf den Puma zu treffen. Oder Jaguar oder Leopard oder was das war. Ne, jetzt hat es mich getötet. Oder wir haben hier wirklich nur so ein eingeschränktes Gebiet, was wir halt erkunden sollen und Lager bauen sollen und so. Ja, den Jungen hat das mal alles mit hier gefunden. Den Jungen hat das mal alles mit hier gefunden. Oh, ich habe jetzt schon mal Früchte. Wir gehen da auch nicht hinterher. Wir gehen einfach mal hier lang. Okay. Hoppala. Hier geht es wirklich nicht. Hier geht es nicht rum. Aber eine Höhle haben wir. Man sollte vielleicht Höhlen nicht so unbedingt erkunden. Könnten hier Bären und sowas drin sein, aber mir bleibt ja nicht so viel übrig. Mal gucken, was passiert, wenn ich zu viel Wasser drin habe. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Ach so, meine Gesundheit geht runter. Nee, dann trink mal lieber kein Wasser mehr. Ich hab gedacht, der kotzt nicht. Ich hab ja auch nicht auf den Gesundheitsbalken geachtet. Okay. Hier ist meine Sicherheit, hier kann man sich schön zurückziehen. Hier hat man Wasser, da könnte ich mir was hier vorpacken oder irgendwas drinpacken, dass ich vernünftig pennen kann. Hier pfeift der Wind nicht so drin, weil die Berge um mich herum sind. Und ich muss irgendwas zum Feuer noch hier vorne empfehlen, dass die Tiere hier nicht durch den Tunnel kommen. Und dann wartet eigentlich. Ach Gott, ein schönes Stuhl hier. Ach okay, ich hab jetzt alles voll. Ich hab jetzt alles voll. Gott, ich bin so hungry! Aha, ok. Haben wir mal schon das erste. Kräften. Und das noch dazu. Und... ... 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 Ah, ok. Ah, ok. Oh, scheiße. Oh, so knapp. So. So, wie komme ich jetzt ins Crafting-Menü? Oh. Oh, I'm gray. Scheiße. Scheiße. Oh, das Viecher. Das hat's auf mich abgesingen, diese dumme Sau. Ist doch nicht normal. Schon das zweite Mal, dass das Viecher mich angegriffen hat. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Vielen Dank. Backpack ist Zapp. Wer hat er eigentlich? Aber ich habe keinen Stein, oder? Nee. Scheiße. Auf jeden Fall finde ich ganz viel davon ganz toll. Feinste Taster. Ja. Oh, offensichtlich dem Menschen muss was sagen. Ja. Oh, scheiße. Oh, me. Oh, ich habe eine Wasserflasche. Oh, scheiße. Oh, wenn das der Onkel sieht, der lacht sich doch ernst und voll ist ja ne. Ich habe schon mal am Auto finde ich eine Wasserflasche. Da werden wir uns dann doch gleich mal in die Nähe aufbrechen. Wir werden jetzt erstmal alles einsammeln. Okay. Was haben wir denn hier, Früchte? Wenn die jetzt noch zu essen sind, ist das geil. Was ist das? Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. So, jetzt gucken. Oh, noch ein bisschen strick. Oh, dem Fohl jemand mausen wie ich. So, dann nehmen wir noch den Stein mit dazu. Und einen Stock. Ach so, da fehlt noch was. Vielleicht noch so ein kleiner? Craft. Uh. Wir haben jetzt eine Waffe. Gut. 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 du feige drecksau erst greifst du mich an jetzt aber so das hast du jetzt davon du hast mich eben angegriffen obwohl ich dir nichts getan hatte ich sehe ich den jetzt schneide ich den auseinander oder was okay aber gut zu wissen wollten ja nur abschlachten nur noch mehr Ich muss erst mal gucken, wo hier die Höhle wieder war. Meine Energie ist zu Ende. Da ist er. Thirsty. Da ist er. 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 Okay. Oh my god, I could use a drink. I need to rest. Oh no, you've got to be kidding me. Hmm. Oh no, there's another one here, there's another one here. So... 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 muss mich da erstmal rindfuchsen, aber ich weiß jetzt schon wo ein paar geile Sachen zu finden sind Kombinationen, also Crafting habe ich auch schon ein bisschen, muss nur gucken, dass ich mir ein Bett machen kann und wirklich hier noch penne und ich brauche eine Waffe bevor ich den singenden Typen treffe, weil sonst habe ich Arschkater, den schlachte ich einfach ab, dann kriege ich auch Fleisch also kriege ich auf jeden Fall noch ein bisschen, ich werde nachher gleich mal weiterspielen, vorhin schläft ja noch. Ja, dann würde ich sagen, das war es soweit zu Green Hell, ihr seht ein schönes Survival-Game, warum, wie sagt ihr, Story-Modus jetzt nicht verfügbar ist, vielleicht ist er ja jetzt verfügbar, wir müssen mal gucken, weil da stand ja irgendwas von Story und irgendwie hat es mit der T-Taste halt bei mir nicht, nee, geht nicht, immer noch nicht, mit der T-Taste sagt es bei mir halt nicht hin, ja und warum, weiß ich nicht, ich sollte gedrückt halten, aber es ist nichts passiert, ja, aber so an sich macht das schon echt Spaß und die Begriffe, also Story brauche ich jetzt nicht wirklich, weil steht ja da, welche Taste, was ist, leider alles komplett auf Englisch, ich hätte mir echt da jetzt noch deutschen Untertitel wenigstens gewünscht oder so oder wenigstens deutsches Menü oder so, dass man ein bisschen was aus Deutsch hat, aber sonst eigentlich schon ein schönes Spaß jetzt Spiel, ich werde es jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen craften, mal gucken, was ich da heute noch rausholen kann, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, ja, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin haut rein, Ahoi, sagt euer Odin. OITZTEST 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 Vielen Dank.